Jetzt geht's ab in den Urlaub! Hoppla. Ja! Es ist nicht schlimm, sie ist es gewohnt. Geht es, Marie? Hör auf zu flennen! Ey, sie wird hier gerade mit einer Waffe bedroht. Ist doch klar, dass sie da weint. Jetzt entspann dich, mein Mann. Ist unser Nachzügler hier? Silver? Ja. Er müsste eigentlich gleich da sein. Bist du Silver? Ich bin Alice. Kommst du mit mir mit? So, das hier ist Silver, Leute! Hallo Silver! Hallo Silver! Willkommen in Silver! Können wir jetzt? Was sagen wir zum Busfahrer? Du bist ein Hurensohn! Was machen wir denn jetzt? Verhalte ich wie die? Ey! Ja, das war zu viel. Ich versuch's nochmal. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Das wird ein super Sommer mit euch. Und ich freu mich drauf. Verdammt! Was machst du hier? Du bist nicht behindert. Doch, doch. Und ob ich das bin. Ich glaub dir kein Wort. Okay, ich bin nicht behindert. Hast recht. Aber erzähl's niemandem. Du sag's keinem. Ist auch Ludovic. Wer ist Ludovic? Das für dich, du Penner! Hast du schon mal im Knast geduscht? Wie bitte? Oh, was hast du denn da gemacht, Ludo? Ein Männchen! Ist das der Kopf? Das ist der Kopf! Und das? Was ist das? Deine Eier? Was? Wir machen einen Ausflug. In den Bruch! Ja, Kopfhör, Kopfhör! Was? Zusammen! Ja, zusammen! Nicht schon wieder, Marie. Es war voll in die Fresse. Ist gut, sie ist es gewohnt. Na komm. Tut mir leid. 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 Du Teil musst du dich. Tut mir leid. ihab, und du hast es in der theyge. ourselves Ltd.